Ja, heute reagieren wir auf Markus Söder rechnet ab. Der hat schon abgerechnet in der Corona-Zeit, ne? Sein Konto ist gewachsen, ne? Liebe Biomasse in der Halle. Wir fordern deftige Hausmannskost. 3,4 Milliarden Schweinsbraten pro Jahr. Das ist doch, das ist doch mal was. Ne, ne, ey, wenn ich das schon wieder lese, ne? Also bei Schweinbraten bin ich dabei. Aber wenn ich unten schon wieder lese, Brokkolinen, Karotten. Der holt's bei mir auf. Also da muss Markus Söder, ne, der muss raus. Der darf kein Amt mehr bekommen. Weil, ne, Brokkoli, also hätte der mit Brokkoli und Karotten gar nicht erst angefangen, dann hätte ich ja noch okay gesagt. Da wär's auf seiner Seite gewesen, aber jetzt reicht's. Brokkoli und Karotten aus fleischkaltem Kaffee. Achso, ja. Für die Kinder Muttermilch aus Leberkäse. So muss ich länger am Boden klebte als unser Wertesystem. Wir lassen uns die Gesundheit in Bayern nicht durch Gemüse kaputt machen, liebe Feinde und Feinde. Ich will für Bayern keine Drogen. Das find ich auch immer gut. Die Bayern, sehr viele Bayern sagen ja, ne? Die haben keinen Bock auf Cannabis-Legalisierung. Die haben keinen Bock auf andere Drogen. Haben aber dann erst mal drei Bierkübel in der Hand. Ne, und, und... Ne, also... Ich bin total gegen Drogen. Hi. Ja, 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 ja. Na, außer Speck aus Dax. Oh, 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 oh. He, 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 he. Ich frage euch. Was ist denn eigentlich attraktiver? Ich. Ich oder ein Dixi-Klo? Dixi-Klo. Tja, die Grünen fordern eine Genderpflicht in Bayern. Liebe Freunde und Freunde, liebe Freunde und Freunde. Ich for... Ich for... Also, okay, wenn die Grünen eine Genderpflicht in Bayern fordern, fordere ich bitte, dass Bayern ein eigenes Land wird. Da bin ich dann d'accord. Also, wenn Bayern ein eigenes Land ist, können sie machen, was sie wollen. Die können auch alle Politiker... Markus Söder gehört denen ja schon, ne. Die können auch von uns noch ein paar Politiker bekommen. Und Bayern wird einfach ein eigenes Land. Und dann haben wir unsere Ruhe. Saarland genauso, ne. Braucht auch keiner. Wir sagen ganz bewusst... Nein. Wir lassen uns von den Grünen nicht Kultur und Sprache umerzählen. Nein, 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 liebe Freunde und Freunde. Ja, dafür steht die CSU. Wollt ihr, dass endlich das Rentensystem in Deutschland gerecht wird? Was sagen die Politiker? Nein. Ich scheiße bis heute jede Nacht über 4000 deftige Breze. Woran liegt es? Ich sag nur eins. Frisch Müsli von Captain Iglo. Wer sind die Stärksten? Wer sind die Besten? Wer sind Rheinland-Pfalz? Also, ich muss sagen, das war eine sehr sympathische Rede von lieben Herr Söder. Ich bin dafür, dass Markus Söder in Bayern bleibt. Wir eine Grenze um Bayern ziehen, eine Mauer. Und dass dann in Bayern DDR 2.0 wird, ne. Ich glaub, da hätte keiner was dagegen, ne. Das wär doch mal was, was wir einführen könnten. Ich mein ja nur, ne. Ich mein ja nur. Wir könnten ja an der Grenze, könnten wir ja noch so Zolle verhängen und so, dass wir noch ein bisschen Geld verdienen und so, ne. Aber ich mein ja nur, ne. Überlegt euch das mal, ob ihr das in Ordnung findet. Ich hätte da kein Problem mit. Könnt auch ein paar Politiker mit hin. Da kenn ich ein paar, die da definitiv gleich mit hin können. Und dann machen wir ein Exil draus. Und alle, die da raus wollen, ja. Könnte aber nie lebend. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Original-Video an. Lasst Liebe da. Lasst Kommentare da. Lasst Wortschreiben da. Lasst eure getragenen Unterhosen da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.